100 Jahre Kino, liebe Zuschauer, haben höchst unkonventionelle Komiker hervorgebracht, wie zum Beispiel die Marx Brothers, die hier im ZDF in einer fünfteiligen Reihe ihre chaotischen Späße treiben. Groucho, Harpo und Chico schlagen auch heute wieder gnadenlos zu. Dieses Mal ist es die Rennbahn, die die Marx Brothers mit gewohnten Tatendrang heimsuchen. Und es werden noch Wetten angenommen, wer von den dreien das größte Durcheinander veranstaltet. Untertitelung des ZDF, 2020